Herzlich willkommen zum Gesellschaftsbarometer. Empathische Menschen zeichnet es aus, sich in andere hineinfühlen zu können. Die Flüchtlingspolitik ist eine der emotionalsten Fragen unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist Therapeutin und eine sehr gute Freundin von mir. Im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit hat sie auch geflüchtete Frauen, Männer und Kinder unterstützt. Sie gibt uns Einblicke in deren Lebensumstände. Vielleicht können wir uns so die Situation der Geflüchteten besser vorstellen. Ja, Susanne, danke, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Es freut mich sehr, dass wir uns jetzt hier unterhalten können. Ich freue mich auch sehr. Du hast nach deinem Studienabschluss in Psychologie zahlreiche Fortbildungen besucht, um Menschen in schwierigen Situationen unterstützen und helfen zu können. Ich verzichte aus vielerlei Gründen auf die Nennung deines Nachnamens und auch auf die Nennung deines Arbeitgebers. Vielleicht kannst du unserem Publikum mal sagen, mit welchen Themen du bisher deine Beratungen und Therapien gemacht hast, damit wir so ein Bild kriegen. Also jetzt würde ich nochmal nachfragen wollen, und zwar meinst du jetzt die aktuelle Arbeit mit Geflüchteten, mit traumatisierten Geflüchteten? Ja, generell. Ja, vielleicht so einen ganz kleinen Schwenk in das Generelle, was so theoretisch dein Hintergrund ist, um dann aber einzusteigen in das, was du aktuell machst. Okay, gut. Ja, also generell habe ich einen verhaltenstherapeutischen Hintergrund, habe mich aber auch immer für andere Therapierichtungen wie systemische zum Beispiel oder auch Aspekte von der Tiefenpsychologie mit, also habe ich immer mit eingeflochten in mein Konzept. Und ja, Traumafortbildungen habe ich auch diverse gemacht. Das heißt, also ich bin eine Traumatherapeutin und habe in verschiedenen Kliniken auch gearbeitet. Jetzt im Moment, wie gesagt, arbeite ich schon seit Längerem mit traumatisierten Geflüchteten. Insgesamt vielleicht so fünf, sechs Jahre mit einer kurzen Unterbrechung. Da hast du im Suchtbereich gearbeitet? Da habe ich ungefähr zwei Jahre mal in einer Suchtklinik gearbeitet. Und da trifft man auch wieder auf Traumatisierte, aber natürlich keine, also Geflüchteten, zumindest vielleicht später mal, aber im Moment nicht. Und ja, gut, von den Themen, also das ist ein ganz weites Feld. Wir haben, also ich habe es hauptsächlich mit posttraumatischer Belastungsstörung zu tun, mit Ängsten, Depressionen, Panikattacken etc. Also so die gängigen Störungsbilder, auch viel chronische Schmerzen, Impulskontrollstörungen, Borderline-Patienten. So, ja, das sind so die hauptsächlichen. Also heutzutage ist es ja schon fast en vogue, einen Therapeuten oder einen Psychiater aufzusuchen. Worauf führst du denn zurück, dass das so zugenommen hat? Also in den gefühlten zehn Jahren oder 20 Jahren hat man das Gefühl, dass die halbe Welt mindestens, wenn nicht noch mehr, psychisch erkrankt ist. Also ich würde dir nicht komplett zustimmen, dass das en vogue geworden ist, aber vielleicht ist es ein bisschen leicht. Also früher war es ja so, haben sich die Leute zum Therapeuten geschlichen, haben gesagt, naja, also am besten irgendwie in einem Hochhaus, wo mehrere Adressen sind, dass man nicht weiß, wo die hingehen. Ja, das ist immer noch, ich denke mal, noch nicht so lang, also es ist schon besser geworden. Ich meine, in Amerika ist es was anderes, da ist es schick, wenn man seinen Psychiater hat, Psychiater und Psychotherapeut ist noch ein bisschen was anderes. Aber, und hier denke ich, ist es einfach so, dass das Bedürfnis der Menschen einfach da ist und dass es auch, ich sage mal, ein Stück mehr in der Normalität angekommen ist. Dass man einfach sagen kann, ja, ich habe, was weiß ich, Burnout, Depression, Ängste etc. und ich tue jetzt was dafür und das ist auch, das ist was Gutes. Das ist also, ich sage mal, so emotionale Intelligenz, sich um sich selber zu kümmern und nicht so einfach zu tun, als wäre nichts. Dann wird ja alles nur noch schlimmer, wie wir ja wissen. Und ich denke mal, warum es angestiegen ist, das eine hat wohl damit zu tun, dass einfach das Bewusstsein gestiegen ist darüber. Dass, früher hatte man zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm, sage ich jetzt mal salopp, dass es eine posttraumatische Belastungsstörung gibt und die wurde auch nicht behandelt. Erst als diese Kriegsveteranen, amerikanischen, wieder kamen aus Vietnam etc. und dann so viele ähnliche Symptome hatten, hat man dann überhaupt erst dieses posttraumatische Belastungsbild entwickelt als Diagnose. Und heute ist das mehr oder weniger gang und gäbe. Und also das ist das eine, dass einfach mehr Bewusstsein da ist, dass Menschen aber auch jetzt eher diesen Weg machen, dass sie sich mehr so scheuen. Aber ich glaube auch, dass diese ganzen Verhältnisse, in denen wir im Moment leben, die Veränderungen, die wir auf der Welt mitbekommen, viele Konfliktherde, aber auch was sich gesellschaftlich alles gerade so tut, an Umbrüchen, an Unsicherheiten, dass das einfach dazu führt, dass mehr solche Krankheiten auftreten, Störungen auftreten. Also ist unser Leben eher zu komplex geworden, vielleicht für unseren Geist, für unsere Seele vielleicht? Ja, würde ich auch so ein Stück weit unterschreiben, ja. Erstmal haben wir damit zu tun, dass sich unsere Welt rasant ändert, dass wir auch sehr viel Wissen aufnehmen müssen. Also die Informationsmengen, die steigen ja potenziell an, sprunghaft an. Und das heißt, also vor 100 Jahren, da hatten wir noch ein ganz anderes Leben und mussten auch nicht so viel parat haben. Aber heute wird ja auch ständig verlangt, dass wir uns weiterbilden, etc. bis ins hohe Alter, ja. Also da ist ja auch ein Stress da, so ein Ständiger, ne. Dann ist natürlich Leistungsdruck angestiegen. Wir haben, also der wirtschaftliche Fortschritt, der braucht natürlich auch Menschen, die das alles mittragen. Und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen, dass Menschen da nicht zu sehr in diese Maschinerie geraten und zu Opfern werden des Fortschrittes, weil man dann vergisst vielleicht, dass die Menschen eben keine Roboter sind, sondern dass sie Körper haben, dass sie Gefühle haben. Und viele Menschen sind selber auch in diesem leistungsorientierten Denken so drin, verstrickt, sage ich jetzt mal, und ist auch unbewusst, übernommen von den Eltern, etc. Dass sie das auch nicht hinterfragen und dann haben sie auf einmal einen Burnout und wissen erst mal gar nicht, woher es kommt. Aber wenn man genauer nachschaut, weiß man das natürlich, ja. Dass sie einfach nicht auf ihre Grenzen geachtet haben oder dass sie, wie soll ich sagen, dass sie Dinge getan haben, die nicht unbedingt ihnen selber entsprochen haben und da nicht nach sich geschaut haben oder vielleicht auch Angst hatten, einen Arbeitsplatz zu verlieren. Also ganz viele Dinge spielen da eine Rolle. Und worauf führst du es zurück, dass so viele Menschen auf einen Therapieplatz warten müssen, obwohl sie längst behandlungsbedürftig sind? Was ist da der Hintergrund? Gut, also ich denke mal, das ist einfach ein strukturelles Problem. Und zwar hängt es damit zusammen, dass wir erstmal, wir haben zu wenig Therapeuten, obwohl ja, es gibt zwar viele, die Psychologie studieren, aber es macht ja nicht jeder, geht ja nicht jeder dann in den Therapiebereich. Wer kann in die Wirtschaft gehen und so weiter. Also man kann... Wird dort mehr bezahlt? Da wird natürlich mehr bezahlt, logisch, genau. Und es ist vielleicht auch teilweise einfacher, weil man nicht so direkt mit dem persönlichen Leid konfrontiert wird. Also sich zu entscheiden für eine Praxis oder für Therapie, das bedeutet schon etwas, ja. Und dann ist es so, dass die Kassenärztliche Vereinigung, die KV, ordnet die Therapieplätze zu. Also das heißt, die Praxis, die ich eröffnen darf, muss ich erst von der KV sozusagen, muss die freigegeben werden. Und es gibt immer nur ein bestimmtes Kontingent von Praxisplätzen für eine Stadt oder für ein Gebiet. Und so, und das heißt... Hat das was mit der Anzahl der Menschen zu tun, die da wohnen oder worauf ist das? Also ehrlich gesagt, diesen genauen Schlüssel kenne ich nicht, aber ich denke, es hat wohl was damit zu tun. Und wir müssen natürlich da auch mal schauen, ist das noch aktuell? Müsste das mal überarbeitet werden, ja? Es kann sein, dass das vielleicht irgendwann ein Schlüssel erstellt wurde, wie viele Therapieplätze, beziehungsweise wie viele Therapeuten, die eine Approbation haben. Denn erst dann dürfen sie natürlich auch mit der Krankenkasse auch abrechnen und dann auch eine eigene Praxis, einen Praxissitz kaufen, kostet ja auch nochmal Geld, etc. Also dass das überhaupt stattfindet. Und so, und natürlich, was wir eben schon hatten, du hast ja gesagt, es gibt immer mehr, das ist so. Es gibt einfach mehr psychische Störungen und ich glaube, das wird auch eher noch zunehmen, weil wir einfach, unsere Welt wird immer komplexer, aber unsere Seele und unser Verstand kommt da manchmal noch nicht so mit. Und vom Körper rum mal gar nicht reden, weil wir funktionieren, unser Körper funktioniert eigentlich noch mehr oder weniger, also hat so biologische Programme, die eher so auch auf Neandertal-Ebene funktionieren. Und das heißt, unser Körper ist auch oft überfordert, aber wenn wir diese Signale nicht ernst nehmen und nicht wahrnehmen, dann kriegen wir auch mal ganz schnell irgendeine psychische Störung. Und das heißt, die Leute müssen jetzt einfach öfter auf den Therapieplatz warten, weil wir nicht genügend Plätze haben, um die zu versorgen. Also ein halbes Jahr ist keine Seltenheit. Also wenn wir schon in unserem relativ abgesicherten Leben so nicht zurechtkommen, dann kann ich mir nur vorstellen, wie das ist, oder nur schwer vorstellen, wenn Geflüchtete unter vielleicht absolut abenteuerlichen und lebensbedrohlichen Situationen zu uns kommen und dann eben eine therapeutische Hilfestellung benötigen. Also ich meine, du weißt, du kennst sowohl die Sicht, ich sag jetzt mal, aus der Sicht der, ich sag normalen Welt, also wo eben noch alles, wo die Steine noch aufeinander liegen zumindest. Genau, wo man ein gesichertes Lebensfeld einfach hat. Genau, genau. So ein Umfeld, was einigermaßen stabil erscheint oder auch ist. Und die Bedürfnisse, die dann jemand hat, die vielleicht, was weiß ich, tatsächlich in einem Boot das Mittelmeer durchquert haben. Das sind doch irgendwie Abgründe. Also ich bin ja jetzt nicht pädagogisch oder therapeutisch vielmehr ausgebildet. Das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ist das so? In der Therapiewelt, oder? Also natürlich ist es so, dass die traumatisierten Geflüchteten, also wenn ich mir deren Geschichten anhöre, dann denke ich manchmal, die Traumatisierung, das, was die erlebt haben, das reicht hier für drei Leben. Also das ist wirklich, manchmal denke ich, das geht an die Grenzen der menschlichen Tragfähigkeit, was die aushalten. Aber da gibt es ja auch noch, also das eine ist sozusagen die Leidensfähigkeit. Und die haben ja, die haben wirklich viele schlimme Dinge erlebt, die sich jetzt so ein, ich sage mal, ein normaler Bürger, der halt einfach in seinem Leben ist und der nicht geflüchtet, der nicht geflüchtet musste, sich nicht so vorstellen kann. Ja, aber wir haben, die haben ja auch noch andere Faktoren, nämlich stabilisierende, zum Beispiel den Faktor Resilienz. Das ist jetzt ja auch so ein Schlagwort. Also das heißt, es ist eigentlich unsere Fähigkeit, in einer schwierigen Situation zu überleben, in so einen Überlebensmodus zu gehen und danach praktisch dann wieder in, so allmählich wieder in so einen natürlichen Zustand zurückzukommen. So eine Art, ja, das sind Ressourcen, die man auch hat. Und natürlich ist das aber nicht zu vergleichen mit einem Menschen, der hier aufgewachsen ist. Also das sind schon zwei Welten, kann man sagen. Wobei natürlich wir auch in unserer Gesellschaft haben wir ja auch Traumatisierungen. Da müssen wir nur an Missbrauchserfahrungen denken. Also sexuellen oder emotionalen oder verbaler Missbrauch. Also heute geschieht das oft eher auf so einer mentalen, verbalen Ebene, nicht unbedingt physisch. Aber das ist ja genauso schlimm oder manchmal sogar noch schlimmer. Man sieht es halt nur nicht. Das ist so. Ja, und man sieht es auch niemandem an. Man sieht es erstmal auch niemandem an, ganz genau. Auf den ersten Blick. Genau. Aber ich würde schon sagen, um das nochmal kurz zu ergänzen, dass die Geflüchteten, die hierher kommen, also die meisten, nicht alle. Es hat nicht jeder eine PTBS oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Es kommen auch welche her, die sind relativ stabil. Das heißt, da sieht man, die haben einen starken Resilienzfaktor in sich. Also die haben einfach Ressourcen vorher schon gesammelt oder sind von der Persönlichkeit her einfach stärker. Und nicht jedes Trauma führt zu einer Traumafolgestörung. Also das denken viele. Oh ja, der hat ja was Schlimmes erlebt, was Entsetzliches, folterhaft etc. Und dann hat der garantiert dann eine PTBS. Ist nicht so. Sagen wir mal, man sagt so 30, 40 Prozent, die das erlebt, die das Gleiche erlebt haben, haben dann eine PTBS. Und 30 vielleicht auch nichts. Also was heißt nichts? Die werden schon belastet sein. Die haben eine akute Belastungsreaktion, die aber vielleicht nach ein paar Monaten auch wieder verschwindet, weil sie einfach mehr Ressourcen haben. Oder weil sie anders damit umgehen, weil sie es nicht so an sich haben, rangehen lassen und so weiter. Also das ist dann sehr individuell. Das ist individuell. Das ist das dann auswirkt. Also selbst wenn zwei das selber erlebt haben. Genau, richtig, ja. Wie viele, mit welchen Schwierigkeiten muss ich mir jetzt vorstellen, wenn ein Geflüchteter meinetwegen oder eine Geflüchtete meinetwegen mit einem Schlauchboot über das Meer gekommen ist. Das stelle ich mir schon schrecklich vor. Was hast du sonst so gehört? Was kommt denn danach? Also wir sehen ja Bilder im Fernsehen, dann sehen wir irgendwelche Schlauchboote, irgendwelche Menschen, die da zum Teil mit ganz Kleidung, durchnächster Kleidung, also die haben fast nichts am Leib. Ja, die haben ja oft auch gar keinen Besitz. Also ich meine, das wäre auch hinderlich für sie. Also sie haben vielleicht, wenn sie Glück haben, haben sie ihre Papiere noch bei sich, aber die werden ihnen ja auch oft abgenommen, von den Schleusern zum Beispiel. Und dann haben sie im Grunde nur das, was sie am Leib tragen, das war's. Und sie sind natürlich durch verschiedene lebensbedrohliche Situationen gegangen. Also das heißt potenziell traumatisierende Erlebnisse. Also wie gesagt, wenn sie zum Beispiel nicht schwimmen können oder wenn sie durch die Wüste gehen oder wenn sie gerade Frauen vergewaltigt werden oder sich der Prostitution sozusagen hingeben müssen, um zu überleben. Aber sie werden ja auch oft gezwungen. Und wenn sie noch Kinder dabei haben oder sie haben dann Kinder, die daraus entstanden sind, da haben wir auch wieder diese Probleme, lehnen dann die Kinder oft ab. Also die Mütter, ja und das ist so ein Faktor. Aber sie kommen auch oft aus Kulturkreisen, wo sowieso schon die Frau unterdrückt wird und nicht so sich frei entfalten kann und das Männliche dominiert. Und das ist ja unter anderem auch ein Grund vielleicht, warum sie fliehen. Aber wenn sie das dann nicht hier aufarbeiten und das ist oftmals nicht der Fall. Das kann manchmal jahrelang dauern, bis sie vielleicht in der Lage sind, eine richtige Traumatherapie zu bekommen. Das heißt, wenn sie hier ankommen, können sie letztendlich froh sein, wenn sie dann meinetwegen psychosoziale Beratungsgespräche bekommen mit einem Dolmetscher, der ihre Sprache spricht. Weil es gibt ja nicht für alle Sprachen immer gleich Dolmetscher zur Verfügung. Merke ich immer wieder, auch wenn man die Leute mal ins Krankenhaus, in die Klinik bringt, weil sie jetzt gerade mal dekompensieren oder weil sie ein Flashback haben oder weil sie suizidal werden, dann können die ja nicht in den Einrichtungen bleiben. Und dann haben die da oft keine Dolmetscher vor Ort. Ja, wie verständigt man sich mit denen? In den psychosozialen Zentren, die es deutschlandweit gibt, von der BAF-Organisation ist eine, also das ist so, also Bundesarbeitsgemeinschaft der Zentren für Trauma- und Folteropfer. Und die nehmen sich dieser Leute an, weil normale Praxen eigentlich nicht mit den Geflüchteten arbeiten wollen, weil sie eben keine Dolmetscher haben oder das einfach auch ablehnen. Weil Ablehnung wegen der Bezahlung oder Ablehnung wegen der Komplexität? Sowohl als auch. Also sowohl, weil sie nicht wissen, wie sie die Dolmetscher finanzieren sollen. Die müssten vielleicht aus eigener Tasche bezahlen oder vielleicht dem Klienten dann aufbürden. Und naja, wenn ein traumatisierter herkommt, ein Geflüchteter, der hat jetzt nicht unbedingt das Geld für Dolmetscher. Genau, der lebt ja oft am Existenzminimum. Also das heißt, wohin mit den Kosten? Das ist das eine. Und das andere ist, genau, dass die Therapeuten wissen, das sind sehr komplexe Felder, auf die sie sich dann einlassen. Und eben Therapie zu dritt ist auch nicht für jeden was. Also dann habe ich das jetzt richtig verstanden, dass diese, ja, von den Fremdsprachenkorrespondenten oder Dolmetschern, dass diese Leistung nicht in die allgemeine Finanzierung der Flüchtlingsarbeit geht. Stimmt das so? Also die Dolmetscher, das ist so ein Posten, wo immer wieder darüber diskutiert wird, von wem werden die getragen. Also wer ist dafür verantwortlich? Bisher ist es so, dass sich, wie gesagt, die Länder oder die Kommunen nicht dafür verantwortlich fühlen, sondern dass das dann, ja, es gibt da einfach verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Entweder die psychosozialen Zentren tragen das selber. Manchmal kriegen sie, die Kirchen werden unterstützt. Man kann aber auch Landesförderungsmittel beantragen, das geht schon. Aber das, oder man macht das direkt dann pro Fall in den Kommunen, ja, mit, also geht zum Sozialland, beantragt das. Aber das ist auch sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Das stelle ich mir vor allen Dingen sehr verwaltungstechnisch aufwendig vor. Natürlich. Ja, klar. Einfacher wäre es doch einfach, das Ministerium würde sagen, so. Budget, ne? Ein Budget und vor allen Dingen ein Satz, damit also jeder therapeutische, jeder Therapiemensch, Entschuldigung, jetzt Therapeut oder Therapeutin weiß, so viel bekomme ich für und ich muss das eben nicht aufwendig beantragen. Ja, genau. Weil das sind ja auch Selbstständige zum Teil und die müssen ja auch mit ihrer Zeit haushalten. Also es ist ja nicht, aber wie schwierig ist das denn? Weil du vorhin sagtest, zu dritt liegt nicht jedem, ne? Also Therapie zu zweit, das kann ich mir vorstellen. Zu dritt stelle ich mir auch schwierig vor, weil erstens mal der Dolmetscher oder die Dolmetscherin, die übersetzt aus dem, was sie versteht. Und gerade Traumatisierte drücken sich ja vielleicht nicht immer so klar aus, oder? Also es ist erst mal so, wir haben ja den Dolmetscher als dritte Person und der sollte normalerweise ja wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein menschliches Fax funktionieren. Also der heißt, der muss das direkt wiedergeben. Das tut er aber nicht, sondern er hat seinen persönlichen Filter, der übersetzt ungenau, bringt vielleicht noch seine persönliche Meinung mit rein. Also verfälscht den Inhalt. Oder er, was auch oft passiert ist, sie beschönigen etwas oder sie stellen was schlechter dar. Das sind wirklich Probleme, weil das passt dann oft nicht, wenn der Dolmetscher das übersetzt und der Patient soll dann antworten oder beziehungsweise ich höre die Antwort. Dann denke ich, irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Also dann habe ich einfach so, der hat mich ja gar nicht verstanden. Dann stelle ich die Frage vielleicht nochmal, wird vielleicht der Dolmetscher ungeduldig? Hat sie doch eben schon gefragt, wieso stellst du denn jetzt schon wieder diese Frage? So, das heißt, er bringt ja seine Persönlichkeit mit rein, wird vielleicht sogar ein bisschen ungeduldig. So, das ist mal so ein Fall. Also das heißt, die müssen, die dürfen keine Co-Therapeuten sein. Das ist ein Fehler, aber der ganz oft passiert. Vor allen Dingen, wenn die dann selber schon, die haben dann oft noch andere Jobs nebenbei, so im sozialen Bereich, beratenden auch Bereich irgendwie. Und dann meinen sie so, ach, die können ja schon mal so ganz gut auch da was dazugeben. Nur das führt immer zur Verwirrung und Verfälschung. Und ich brauche wirklich die Eins-zu-eins-Übersetzung, Wort für Wort. Am besten auch in der Ich-Form. Das wird auch bei Gericht verlangt oder wenn die irgendwo anders oder beim BAMF sich vorstellen und so weiter. Deswegen, das müssen eigentlich vereidigte Dolmetscher sein und die machen dann auch so Fehler nicht. Was ist BAMF? Was ist das? BAMF-Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Genau, wo die ja hin müssen und dann ihren Bescheid bekommen bzw. ihren Erstinterview bekommen, Befragung ihres Fluchtweges etc. So, das ist das eine. Und das andere ist, wenn es zum Beispiel um politische Äußerungen geht und der Dolmetscher hat vielleicht ein Entgegengesetz zur politischen Meinung. Dann schaffen es die wenigsten, auch wenn sie vereidigt sind, nehmen wir die Vereidigten mal raus. Aber wir arbeiten viel mit Menschen, die das so als Nebenjob machen, die einfach die Sprachen gut können, vielleicht auch mehrere. Aber die müssten geschult werden. Das werden sie bei uns auch. Wir haben die Möglichkeit. Das ist aber auch wirklich wichtig, damit sie sich dieser Schwachstellen bewusst werden. Das ist ja keine böse Absicht. Oder sie werden überwältigt von dem, was sie erzählen müssen. Und wenn sie es auch noch in der Ich-Form erzählen müssen. Also ich mache das dann oft so, wenn ich merke, oh, da kommt jetzt ein schwieriges Thema. Zum Beispiel irgendeine Foltererfahrung oder sonst was. Dann sage ich zum Dolmetscher, bitte, Sie müssen das nicht in der Ich-Form erzählen. Sie können sagen, er sagt das. Da dürfen Sie sich distanzieren. Das hilft schon mal. Oder wir unterbrechen mal auch die Sitzung. Also ich habe schon Dolmetscher gehabt, die sind in Tränen ausgebrochen. Ist ja klar, weil Sie sind ja beteiligt. Ja, aber genau. Aber Sie dürfen es eigentlich nicht. Sie dürfen es eigentlich nicht. Sie brauchen so eine professionelle Distanz. Aber das hat nicht jeder. Aber vielleicht wäre es bei unserem Publikum mal ganz schön, wenn wir einfach mal eine reelle Geschichte, eine reale Erfahrung aus deinem Berufswelt, wenn du mal irgendeinen konkreten Fall benennen kannst, damit wir uns das wirklich mal vorstellen können. Also ohne Namen, verstehe ich. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ich habe ja Schweigepflicht etc. Also es gab jetzt, mir fällt jetzt gerade eine Frau ein, die ich auch selber sehr mag. Also die einfach, deswegen sind wir wohl in den Sinn gekommen. Ja, weil ich so eine, auch so eine, also eine gute Beziehung eben zu ihr habe, besondere. Und die ist so um die 30, kommt aus Afghanistan und sie hat, sie ist aus Afghanistan mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern geflüchtet. Und dann wurden sie getrennt in Griechenland. Und zwar passiert das, dass öfteren, dass Familien getrennt werden. Absichtlich oder? Nein, nicht, also das gehe ich jetzt mal nicht von aus, dass es absichtlich passiert, sondern eher, das ist oft geschuldet der, sagen wir mal, der, also der chaotischen Zustände. Den chaotischen Zuständen, ganz genau. Oder dass jetzt zum Beispiel ein Schleuser sagt, so jetzt geht mal schnell da auf das Schiff oder geht mal in den Lastwagen und so. Und da kann man, wenn das jetzt mal so Menschen-Trauben sind, kann man sich eben schnell mal verlieren. Und dann muss eben alles schnell gehen, oft so. Und dann schaffen die das nicht, zu sagen, halt, Moment mal hier, wir gehören aber zusammen. Also so ist es jedenfalls da auch passiert. Dass sie dann vor ihrem Mann da war und dann weiß ich nicht genau, woran das jetzt lag. Man hat ja dann, wenn sie also dort, wenn sie in Deutschland angekommen sind, dann beginnt dieses normale Asylverfahren, was ja auch oft sich dann auch hinzieht. So über ein paar Jahre kann das auch sein, oftmals. Und das heißt, eigentlich braucht sie dann, sie braucht dann die Anerkennung, die Asylanerkennung oder zumindest so ein Aufenthalt. Also eine Duldung reicht nicht. Eine Duldung reicht nicht. Weil sie braucht schon so ein vorübergehenden Aufenthaltserlaubnis, so zwei Jahre oder sowas. Das wird dann stufenweise erhöht, wenn die Gründe so bleiben. Das wird dann wieder geprüft von der Ausländerbehörde. Und dann kann sie diesen Familiennachzug beantragen. Weil wenn man die Familie nachholt, muss man quasi auch ja nachweisen, dass man für die Familie sorgen kann. Und deswegen muss da schon irgendwie eine gesicherte Perspektive da sein. Also das heißt, sie müssen ökonomisch auf festen Füßen stehen? Das wäre zu viel verlangt. Und bei der Frau war es auch nicht so. Aber wenn ich mich recht erinnere, dann hatte die schon mal einen zweijährigen Aufenthalt. Und trotzdem gab es aber dann Schwierigkeiten, weil irgendwelche Fristen abgelaufen waren. Der Mann hatte, das war aber das Verschulden des Mannes. Und was es bedeutet hat, also da sieht man auch wieder dann Paragrafen und Verwaltungsabläufe verhindern dann eben oft diesen ganz normalen Vorgang. Also das heißt, es war zuerst lang unklar, ob er überhaupt jemals von Griechenland wegkommt nach Deutschland. Und die Frau war erst mal durch die Flucht und durch die Vorgänge in Afghanistan, Taliban etc. Also war sie eh schon traumatisiert und auch depressiv. Und dann natürlich jetzt durch diese Trennungssituation von ihren Kindern. Also sie hatte zwar Kontakt, telefonischen, mit ihrem Mann in Griechenland. Ach, sie war auch ohne die Kinder? Ja, ohne die, ja, ja, genau. Ach, du liebe Leute. Ja, ja, genau. Also die beiden Kinder waren beim Mann und der war auch krank und dann war er noch überfordert. Und dann hat die Frau sich natürlich Sorgen gemacht und gesagt, oh mein Gott, das schafft er jetzt gar nicht. Wie kann ich helfen? Dann ist sie in dieser Ohnmachtssituation, in der viele ja sind. Ne, einfach das aushalten zu müssen. Ich kann jetzt nichts helfen, obwohl ich weiß, dass es ihnen sehr schlecht geht. Ich würde gerne. Und dann kriegen die auch Schuldgefühle und so weiter. Das kann die richtig in eine noch schwere Depression reinziehen. Und bei der Frau war das auch so, dass die dann immer depressiver wurde, obwohl sie eigentlich sonst auch Ressourcen hatte, lebendig irgendwie. Sie hat auch gleich Deutsch gelernt und so weiter. Also war auch offen, sich zu integrieren. Hat sich nicht nur verkrochen, könnte man ja auch meinen, als Depressive. Sozialer Rückzug ist auch ganz oft so der Fall. Oder dass die Leute sagen, ich kann mich auch nicht in Deutschkurs oder sonstige Aktivitäten machen. Ich kann mich eh nicht konzentrieren. Ich sehe die inneren Bilder und so weiter. Und deswegen machen die das dann oft nicht. Aber bei ihr war es nicht so. Und dann, das ging über eine lange Zeit und wir haben dann noch auch mit, wir haben noch andere Leute ins Boot geholt, Verfahrensberatungsleute. Und dann musste auch irgendwann ein Rechtsanwalt mit dazu. Das ist ja auch ganz oft so. Das geht gar nicht anders. Und es war lange Zeit sehr unklar. Sieht sie ihre Kinder wieder? Sieht sie ihren Mann wieder? Und ich habe richtig gesehen, wie die also immer mehr abgebaut hat. Und ich konnte das so verstehen. Und ich habe so ein bisschen schon mit ihr mitgelitten. Also bis zu einer gewissen Grenze natürlich. Und wir haben dann das hinbekommen, ich glaube über eine Petition und eben auch einen guten Rechtsanwalt für Ausländerrecht. Aber das hat, ich weiß nicht, ich glaube, also zweieinhalb Jahre oder drei Jahre fast gedauert. Und so lange war sie getrennt von ihren Kindern und hat halt nur mit denen, und die waren relativ klein, mit denen eben über Telefon, Handy telefoniert. Und die haben auch in Griechenland versucht, dann da auch was zu machen mit Anwalt und so weiter. Das hat alles immer nicht geklappt. Und dann, also das war schon sehr, fand ich sehr dramatisch, ja, dieses, das Mutter von den Kindern zu trennen. Das haben wir aber, haben wir auch öfter. Also, dass Familien einfach auf der Flucht getrennt werden. Wenn sie Glück haben, landen sie ungefähr zeitgleich in verschiedenen Städten oder Bundesländern. Dann kann man sagen, okay, dann machen wir einen Antrag, dass sie praktisch, dass sie zusammen sind dann. Also, das geht dann relativ leicht, wenn sie schon im Land sind. Aber wenn der eine noch in einem ganz anderen Land ist, dann ist es schwieriger. Und wenn da noch Fristen nicht eingehalten werden. Da sind die so oft sehr streng, ne, das Bundesamt sagt, nee, Frist ist abgelaufen, fertig, geht nicht mehr. Und das ist natürlich unmenschlich, weil da kann man nicht nach Paragraph sowieso gehen, sondern da muss man einfach sagen, hey, hier geht es jetzt um eine Familie und die müssen wir natürlich zusammenführen. Geht nicht anders. Sehe ich zumindest so. Ja, aber jetzt sind die angekommen, jetzt vor kurzem und das war so toll, als ich da die Nachricht bekommen habe, dass jetzt sie endlich ihren Mann wiedergesehen hat, weil was halt auch oft passiert, wenn die so lange getrennt sind, dass sich auch die Partner dann entfremden voneinander, dass dann einfach die Beziehung scheitert, einfach nur aufgrund dieser Situation, ne. Das ist ja auch tragisch, ne. Und da hat es auch ein bisschen gekriselt, aber es scheint jetzt alles gut zu sein und sind ihre Kinder wieder in den Arm geschlossen und die ist jetzt super glücklich und das ist einfach schön, sowas zu erleben, ne. Ja, das ging mal gut aus, ne. Ja, das ist ja auch was Schönes. Wie würdest du damit umgehen und wenn dir jemand sagt, ja, das sind Sozialschmarotze, so in dem Sinne, dass sie eben ein besseres Leben haben wollen, sowas kann ja gelegentlich mal von irgendwelchen Ecken herkommen. Das hört man manchmal, ja. Wie würdest du das nach deiner Erfahrung einschätzen? Die Leute, die du bis jetzt beraten hast, hattest du da auch so diesen Eindruck oder konntest du den irgendwo feststellen? Ne, also ehrlich gesagt, zumindest die Leute, die ich gesehen habe, die haben, also jetzt sagen wir mal, das ist ja noch ein Unterschied, ob Mann oder Frau. Also die Männer, die wollten eigentlich alle sofort arbeiten, das durften sie aber nicht aufgrund des Gesetzes, das es gibt, das Leistungsgesetz, wurden die gezwungen zur Untätigkeit. Ich weiß nicht, wie es im Moment aussieht, weil sich die Gesetze ja oft ändern und es war mal so eine Zeit, da durften die, glaube ich, anderthalb Jahre nicht arbeiten. Ich glaube, das wird, glaube ich, geändert. Ja, das ist, glaube ich, jetzt besser geworden. Aber ich wollte nur damit sagen, dass die Menschen, die hergekommen sind und mit denen ich jetzt so zu tun hatte in der Therapie, in der Beratung, dass die alle motiviert sind, wirklich sich zu integrieren, die Sprache zu lernen. Ja gut, nicht alle, also die ganz Belasteten erstmal nicht, weil die einfach zu viel mit ihren Emotionen zu tun haben. Die können das einfach nicht. Die können es einfach nicht, ganz genau. Richtig. Also das ist kein Unwille. Also das habe ich eigentlich so noch nie erlebt. Und die Männer möchten natürlich auch gerne wieder als Ernährer ihrer Familie gelten und so weiter. Die brauchen das für ihr Selbstwertgefühl. Ist ja auch irgendwie klar. Und die nehmen dann auch alle möglichen Jobs an. Auch wenn die sehr qualifiziert sind, sagen sie, okay, ich mache aber erstmal das und das. Hauptsache, ich kann ein bisschen Geld verdienen. Das heißt, es gibt vielleicht ein paar, es gibt schon einen Anteil, die sagen, okay, gut, ich mache jetzt erstmal nichts, mache ich meinen Deutschkurs und habe jetzt ja mein Geld, was ungefähr dem Hartz IV entspricht. Wo man dann schon mal so ein bisschen pushen muss und sagen, ja gut, aber was ist in ihrer Zukunftsperspektive? Das ist ja nicht auf Dauer, kann das ja nicht sein. Da muss man, es gibt schon solche. Aber ich würde sagen, das ist ein kleiner Prozentsatz. Zumindest die, die ich gesehen habe. Aber bitte, ich kann jetzt keine Zahl sagen. Nein, 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 aber es geht ja nur um den Eindruck. Genau. Die meisten wollen sich integrieren. Oft sind sie halt hilflos. Da muss man ihnen das eben sagen. Und ich meine, manchmal wird auch, was wir auch zum Beispiel bei uns jetzt machen, wo ich jetzt arbeite, es gibt auch eine, also hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich sage es trotzdem, eine Rückkehrberatung. Also für Menschen, wo man sagt, okay, da ist vielleicht jetzt mal der Kriegskonflikt beendet und könnten sie sich vorstellen, dass sie doch mal wieder zurückgehen. Denn letztendlich haben sie ihre Heimatscholle verlassen und unfreiwillig. Und ich glaube, dass manche dann schon sagen, also ich muss auch nicht immer in einem fremden Land bleiben. Ich kann auch irgendwann wieder mal zurückgehen und mir dort dann vielleicht ein Geschäft eröffnen oder irgendetwas machen. Wenn ich eine Perspektive habe natürlich. Genau. Das wird auch unterstützt. Das wollte ich gerade fragen. Also helfen wir dann als Bundesrepublik Deutschland bei einem, meinetwegen, Startkapital, um sich dort nicht. Ja. Weil diese Länder sind ja oft zerbombt und da ist ja oft gar nichts. Also klar, die Infrastruktur muss da sein. Genau. Also zum Beispiel, ich meine, es gab mal eine Zeit, das fand ich so ein bisschen grotesk, da hieß es Rückkehrberatung nach Afghanistan und das geht nicht. Man kann im Moment keine Leute nach Afghanistan zurückschicken und das schon relativ lange nicht, weil die Infrastruktur einfach nicht vorhanden ist oder weil Krankenhäuser nicht existieren oder weil die medizinische Versorgung nicht so da ist. Also das heißt, es muss auch immer geguckt werden, wie ist aktuell die Situation. Das heißt, da gibt es auch Organisationen wie zum Beispiel Amnesty International oder andere oder auch die GEZ. Also die gucken einfach, wie ist es jetzt vor Ort, können wir das machen? Und dann wird das mit so einem Mini-Kredit auch unterstützt, kriegen auch teilweise Adressen. Sag mir nochmal schnell, was GEZ ist. Gesellschaft für Entwicklung und Zusammenarbeit. Genau, für Entwicklung. Ja, danke. Richtig. Das gibt es mir jetzt gerade eben selber. Ja, genau. Die zum Beispiel, die kümmern sich um sowas, ne? Ja. Aber du hast keine Zahlen, die sagen könnten, viele Menschen würden das gerne in Anspruch nehmen, wenn sie es denken. Also ich würde sagen, nein. Da würde ich sagen, ist die Tendenz eher schon hier zu bleiben. Also die meisten sehen zwar schon, es ist hier auch nicht das goldene Paradies und Wunderland und so weiter, sondern dass sie, ich glaube, das schockt die meisten, dass sie, es wird irgendwas versprochen und dann kommen sie her und merken, oh, ich muss mich hier auch anstrengen, ich muss hier auch arbeiten, mir wird hier auch nichts geschenkt. Das ist aber ein guter, finde ich, Heilungsprozess, auch also in der Realität anzukommen. Und ja, weil das ist natürlich eine Illusion, der sie da anhängen. Und die Frage ist ja, wer erzählt Ihnen denn so einen Unsinn? Sind es die Schlepper? Das ist eine interessante Frage. Ja, ja, also ehrlich gesagt, ich glaube, das hören die teilweise, die hören irgendwelche Geschichten, es wird eben auch viel, also viele Fantastereien, ja, ja, einfach so unter den Geflüchteten, ich weiß es nicht genau, wo das noch so herkommt, ja. Also es sind wirklich Gerüchte. Es sind teilweise Gerüchte, ja, genau. Und also da wird immer so das Deutschland oder überhaupt Europa als das gelobte Land gesehen und ja, und dann sind die auch unter so einem Zugzwang bezüglich ihrer Familie im Herkunftsland dann da immer gleich Geld dahin zu schicken, weil du bist ja jetzt im gelobten Land und jetzt hast du ja ordentlich Geld, da schick mal schön immer was hin regelmäßig. Und dann merken die, das kann ich gar nicht. Und kommen die auch nochmal unter Druck und Schuldgefühl. Und teilweise schicken sie dann halt Geld, obwohl sie selber sehr wenig nur haben. Ja, und das ist natürlich auch wiederum belastend. Sie könnten ja auch einfach die Wahrheit sagen und sagen, nee, so toll ist es, also ja auch nicht, wir müssen auch arbeiten. Und die haben ja auch Probleme mit Arbeit und mit Wohnung, Wohnungsraum. Und das war vielleicht vor ein paar Jahren war es noch besser. Aber ich glaube, jetzt merken sie, ich glaube, die Flüchtlingsströme haben zum Teil auch schon, habe ich zumindest gehört, auch nachgelassen. Weil sie merken, es ist doch nicht ganz so das goldene Schlaraffenland, wie sie vielleicht mal gedacht haben. Naja, und dann kann man natürlich überlegen, okay, wie kann man das denn dann überhaupt mal wieder in gutes Gleichgewicht bringen? Also die Leute vielleicht auch im Land lassen und lieber die Probleme vor Ort klären, fände ich jetzt auch mal eine gute Idee. Weil genau, es geht ja, es geht ja letztlich geht es ja auch um ökonomische Existenzsicherung. Und ich meine, wenn Afghanistan beispielsweise jetzt keine Infrastruktur hat, klar, dann müssen Krankenhäuser gebaut werden, logischerweise auch Straßen gebaut werden, Schulen müssen gebaut werden und was weiß ich was nicht noch alles. Und Verwaltung, Behörden, ja genau. Und da ist es doch sinnvoll, dass die ihre jungen Menschen dafür haben, weil von alleine baut sich das nicht auf. Das ist richtig, ja. Das ist richtig, ja. Aber da muss natürlich auch noch diese emotionale Verbindung zum Heimatland da sein. Also mir sagen viele, gerade jetzt, wenn wir jetzt bei dem Land Afghanistan sind, das ist jetzt mal zu willkürlich rausgegriffen, aber sagen, sie haben keine Verbindung mehr dazu und sie können sich da auch keine Perspektive vorstellen. Weil da einfach diese Bedrohung und Korruption etc. und die Taliban und so weiter, das ist so präsent. Und da ist einfach, die fühlen sich einfach da bedroht, die fühlen sich da in Lebensgefahr. Und natürlich müsste das dann erstmal gelöst werden. Das heißt, erstmal müsste man diese politische Infrastruktur quasi bereitstellen, damit sich die Menschen wieder zurück... Frieden herrschen. Und dann kann man sagen, so, und wenn jetzt da Frieden herrscht, dann kann man sagen, okay, wir bauen das jetzt auch wieder auf, ja. Ja. Aber ist auch nicht jeder bereit dazu, ne. Wenn dann natürlich zum Beispiel, es gibt auch welche, die haben schon Familienangehörige hier mit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis, dann wollen die natürlich auch hier bei ihrer Familie bleiben. Diese Fälle haben wir natürlich auch des Öfteren. Dass sie sagen, ich habe halt einen Bruder, Onkel, was auch immer, sage ich mal in Kassel und jetzt möchte ich zu dem, ne. Und in einem anderen Land habe ich überhaupt keine Beziehung mehr dazu, ne. So. Und ich meine, wie gesagt, da so viele Millionen Menschen mittlerweile auf der Flucht sind, ich fände es gut, wenn, es gibt ja so einen Königsteiner Schlüssel, ich habe so das Gefühl, dass der gar nicht mehr so eingehalten wird. Was ist das, ein Königstein? Das ist eigentlich, das ist so ein Verteilungsschlüssel bezüglich der europäischen Länder, wo, also wie die halt, wie der Strom sozusagen verteilt wird. Das kann ja nicht immer nur bei einem oder zwei, drei Ländern bleiben und die sind dann völlig überfordert. Was aber bei mir so vorkommt, als wäre das alles in Italien oder in Griechenland, da ist ja noch schlimmer, weil, obwohl in Italien ist mittlerweile auch, also ökonomisch, das Heimatland Italien ist mittlerweile ökonomisch auch ziemlich, wird auch ziemlich am Stock. Das ist richtig und dann können die natürlich auch das überhaupt nicht bieten. Also viele Geflüchtete sagen mir, dass sie in Italien so oft den ersten Fuß aufs Land und dann heißt es ja, dass du bist jetzt in diesem Land angekommen und dann haben sie ein sogenanntes Dublin-Verfahren, dann dürfen sie normalerweise weiterreisen nach Deutschland und dann gibt es den sogenannten Euro-DAC-Treffer, Fingerabdrücke geben in dem Land, müssen sie dorthin wieder zurück überstellt werden, innerhalb einer bestimmten Frist. Das ist diese These, du kommst aus einem sicheren Drittstaat. Aus einem sicheren Drittstaat, ja. Genau, und dann darfst du... Genau. Und dann muss man dahin zurück. Nur das Dumme ist eben, dass diese Länder, also nicht alle, aber manche, dann auch wieder in die Herkunftsländer zurück abschieben, also Kettenabschiebung sozusagen und deswegen haben die natürlich Angst und wollen das nicht. Das Zweite ist, dass sie wirtschaftlich nicht in der Lage dazu sind, wie zum Beispiel Italien, wie zum Beispiel Griechenland. Wir wissen, die sind in einer Schuldenkrise hoch fünf, ja, und die kümmern sich einfach nicht um die Geflüchteten, die leben dann auf der Straße. Die haben dann, die haben nicht dieses, die haben auch nicht die Möglichkeit, so einen Antrag zu durchlaufen wie wir hier. Und ich glaube deswegen, weil die hier ja auch unterstützt werden, die kriegen hier Geld und so weiter. Und wir haben ja halt noch gewisse Standards. Deswegen wollen die natürlich schon hauptsächlich hierher. Ich kann das schon ein Stück weit verstehen. Ich würde es vielleicht genauso machen, wenn ich in so einer Notlage bin. Ich meine, wir alle wissen, im Zweiten Weltkrieg sind die Leute auch geflüchtet. Ja, also unsere Eltern, Großeltern kennen auch Fluchterfahrungen. Also meine Oma und meine Mama sind auch geflüchtet, also damals eben aus Oberschlesien. Meine auch. Ah ja, also dann kennst du auch deren Geschichten. Richtig. Und da gab es das auch, dass Familien auf dem Bahnhof zerrissen waren. Also meine Oma ist mit vier Kindern geflüchtet. Der Opa war klar im Krieg. Und die hat sich alle vier Kinder wirklich so mit einem Tau, mit so einem Seil an ihren Bauch gebunden. Weil sonst hättest du schnell eins verlieren können. Du hast nun mal nur zwei Hände. Und was machen die anderen zwei Hände? Und Kinder sind nicht so kräftig und wenn gezogen, geschoben wird. Und das war mit Sicherheit dem vergleichbar. Ja, genau. Und damals war es genauso. Die Geflüchteten, ich weiß nicht, was deine Eltern, Großeltern für Erfahrungen gemacht haben, aber die wurden auch nicht mit offenen Armen empfangen. Also da war auch von der Heimatbevölkerung, also wirklich eine große, ja, wie soll ich denn sagen, also so eine Ablehnung halt. Ja, genau. Wobei ich denke mal, also wie ich es jetzt im Moment hier so wahrnehme, vor ein paar Jahren gab es eben, haben wir ja schon mal erwähnt, glaube ich, eben diese Refugees Welcome, diese Willkommenskultur. Aber jetzt hat man aber, jetzt hat sich das ganze Blatt gewendet, weil man irgendwie merkt, es nimmt kein Ende. Und es scheint jetzt so, dass Bevölkerung, also hier im eigenen Land, jetzt auch darunter zu leiden beginnen. Gerade jetzt, sagen wir mal, im Osten, ja, da baut sich jetzt so eine Gegenbewegung auf. Aber das liegt auch daran, ich war ja auch mal zwei Jahre in Thüringen und habe dort auch so kennengelernt, wie da, was da los ist mit den Leuten. Also woher kommt das, ne? Dieser aufkeimende, ich weiß nicht, ob das jetzt immer gleich Rassismus ist oder zumindest eine gewisse Abwehr gegenüber Geflüchteten. Aber das liegt daran, weil sie Angst haben, dass sie selber nichts mehr haben. Weil da gibt es nicht genügend Jobs. Da ist einfach ganz viel flaches Land. Dann das Einzige, was sie haben, sind irgendwelche Spielhallen, ja. Und dann die Nähe zur Tschechoslowakei, da holen sie sich ihre Drogen und so weiter, weil sie es nicht aushalten. Also das heißt, die sind einfach arm, die haben wenig Perspektiven. Und wenn dann noch jemand kommt und sagt, so, und das bisschen, das nehme ich dir jetzt auch noch weg, weil ich habe da jetzt auch, ja, ein Claim drauf, sozusagen. Ich möchte das jetzt auch. Dann natürlich entsteht da auch Angst und dann wird man das so schützen, das bisschen, was man hat. Das heißt, ich finde, es ist einfach so ein gesellschaftliches und so ein politisches Problem, was auf höheren Ebenen gelöst werden muss. Und man muss auch diese Sorgen, diese Befürchtungen, die Ängste der Bevölkerung dann auch ernst nehmen und sagen, okay, woher kommt denn das, ja. Und nicht einfach nur die Verurteilung sagen, ja, das geht aber nicht, sondern gucken, woher kommt es, mit den Leuten in Dialog gehen, ja. Versuchen, das dann auch aufzulösen oder denen wieder so ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Dann kann man sagen, okay, es gibt hier, kann man Willkommenskultur auch gut leben. Aber wenn man selber sich streitet um ein Stückchen Brot, sage ich jetzt mal, das ist jetzt ein sehr... Oder um eine bezahlbare Wohnung. Oder um eine Wohnung. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Ja, aber letztendlich auch die Überspitzung. Aber ich habe so den Eindruck und deswegen habe ich auch gedacht, so eine Sendung soll dazu beitragen, so diesen normalen Diskurs, also ganz dieses, wenn man sich austauscht über bestimmte Dinge, dann kann die eine Position gesagt werden und auch die andere Position gesagt werden. Und dann kommen die betroffenen Leute, also die in dem Gesprächszirken halt sind, zu irgendwelchen Schlüssen. Die müssen auch nicht immer gleich sein, das ist ja klar. Und ich finde, gerade bei diesem Thema ist das häufig schon im Vorfeld geblockt, weil entweder der eine ist ein Rassist, mit dem reden wir dann schon mal gar nicht mehr, der ist dann schon mal sowieso unten durch. Oder im anderen Fall ist es jemand, der die Türen aufmacht und vielleicht noch sagt, Grenzen brauchen wir schon mal gar nicht. Und dann wird auch nicht mehr darüber geredet. Und das finde ich... Das sind so zwei Lager, so Polarisierungen. Genau. Und so werden halt keine Probleme gelöst. Nein, genau, sondern im Gegenteil, da werden eigentlich noch die Parteien sozusagen gegeneinander ausgespielt, also Bevölkerungsgruppen. Und das erzeugt Konflikte, also so auch so, naja, so, wie soll ich sagen, also innerhalb der Gesellschaft, aber natürlich die Geflüchteten selber sind ja auch noch irgendwie mit drin in dem Spiel. Und das heißt, die erleben dann auch Ausgrenzung, das wiederum macht sie vielleicht reizbar aggressiv. Jetzt müssen wir noch im Hinterkopf haben, die haben die Traumatisierungen, dann fühlen die sich vielleicht angegriffen und so weiter. Also das kann zu eskalierenden Zuständen führen. Und das muss man im Blick haben. Und ich finde, was wichtig ist, ist auf alle Fälle der Dialog, dass jeder seine Meinung sagen darf. Natürlich immer mit Respekt auf Augenhöhe und nicht beleidigend und so weiter. Ja, also der darf sich nicht disqualifizieren in seiner Art der Kommunikation, das ist klar. Gewisse Kommunikationsregeln müssen da sein. Aber dann, ich glaube, die Bürger fühlen sich... Das ist einfach mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck. Das spiegelt nur meine persönliche Meinung wider. Dass die Bürger sich im Moment und Bürgerinnen sich alleingelassen fühlen von den Politikern mit all diesen Problemen. Und das macht sie wütend, das macht sie frustriert, enttäuscht und eben auch aggressiv. Und dann kommt es vielleicht zu irgendwelchen Reaktionen, die nicht mehr so ganz logisch und rational erscheinen. Aber wenn man Bedürfnisse einfach aufgreift und sagt, okay, was haben wir denn da jetzt für Lösungen auf Lager? Wie können wir das denn gut lösen? Dass wir sagen hier, wir sind eine Menschheitsfamilie, wir sind alle Brüder und Schwestern und wir leben einfach miteinander. Aber wir überfordern nicht unser Gesellschaftssystem, dass es irgendwann zusammenbricht. Denn das hilft auch niemandem. So sehe ich das. Das hilft niemandem. Die Probleme müssen benannt, erkannt werden und dann müssen gute Lösungen her. Und da finde ich einfach, die Politiker machen da nicht genug. Ganz ehrlich, und nehmen auch nicht genug Geld in die Hand, sondern eher für andere Ressorts. Und da müsste mehr getan werden in der Richtung. Also vielleicht, ja, das hat ja auch viel mit Außenpolitik zu tun. Auch. Und das hat was mit Waffenlieferungen zu tun. Es ist ja klar, dass in Afghanistan oder wo auch immer in Syrien oder keine Ahnung, jetzt sind so viele Konflikte her, die fallen mir jetzt gar nicht alle ein, dass da nicht mit Gummipatronen geschossen wird, sondern da... Natürlich. Und wir sind, ich glaube, der drittgrößte Exporteur für Waffen. Und ich meine, wenn es diese Firmen, wenn die Geld damit generieren, dass sie ihre Todesmaschinen da exportieren, dann müssen sie auch damit leben, dass sie eine Sonderumlage zahlen für beispielsweise für die Dolmetscherinnen und Dolmetscher und so weiter. Das ist natürlich ein Traum, ein Ideal, das du da gerade zeichnest. Naja, gut. Also wenn ich, weißt du, also Risiken und Nebenwirkungen. Und das nehme ich, also fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und Risiken und Nebenwirkungen für diesen Waffenhandel ist beispielsweise Migration, also... Ja, natürlich. So, und also für mich liegt das auf der Hand, also nicht ein Volk, in dem Fall jetzt entweder das italienische, das griechische oder das deutsche oder egal jetzt welche Bevölkerung, müssen mit ihren Steuermitteln dafür herhalten, dass... Das ist das Auffangen auch, gesellschaftlich auffangen. Ja. Und das ist es. Ja, und was ich auch noch feststelle, also wir hatten, ich hatte neulich in der Erstaufnahmeeinrichtung, wo ich arbeite, ein Iraker. Also nicht ich persönlich, sonst hat mir eine Kollegin erzählt, aber ich hatte auch schon mit Irakern zu tun. Und jedenfalls hat der, der war dann richtig aggressiv, ich meine, der war auch traumatisiert natürlich und Impulskontrollstörungen und alles. Und immer so geladen, ne, so innere Unruhe, Spannung, das ist halt so auch so ein typisches Zeichen, so ein Symptom von der PTBS, ne. Die kommen einfach nicht aus der Anspannung raus, posttraumatische Belastung, die kommen einfach nicht aus der Anspannung raus, sie sind ständig hier oben. Das ist ja auch eine unheimliche Belastung für das Nervensystem, davon abgesehen, ne. Also, okay, so, und der hat dann gesagt, sie sind schuld, also uns, wir wären schuld, ne, dass im Irak Krieg wäre, weil wir würden ja die Waffen liefern und die, was weiß ich was, ne, und Flugzeuge und so. Ja, und dann müssten wir doch an die Regierung gehen und so weiter. Und dann, da ist man erstmal hilflos und sagt, hey, Leute, wir wollen euch doch helfen, hallo, ihr seid jetzt hier. Aber da merkt man, das ist so wichtig, wirklich, man darf keine Scheu haben, auch vor solchen Themen. Man muss die anpacken, man muss mit den Leuten reden, man muss sie aber natürlich erstmal runterfahren, weil klar, wer in so einem Zustand ist, kann man so nicht reden. Genau, aber dennoch sagen, okay, woher kommt denn das? Und ich finde, ein Stück weit hat er ja auch recht, ja, weil natürlich wird das befeuert, wenn man da immer wieder Waffen hinliefert. Also ich finde, das ist nicht mit einer Sonderumlage getan, sondern ehrlich gesagt, ich finde, es sollten einfach keine Waffenlieferungen mehr stattfinden. Also, ja, da bin ich schon natürlich sehr krass formuliert, aber wir reden hierfür über persönliche Meinungen. Susanne, ich bin voll bei dir, bei mir gäbe es keine einzige Waffenexpertgeschichte. Also entweder die Länder produzieren ihren Scheiß selber, mit dem sie sich dann selber umbringen, oder sie kriegen einfach nichts. Wenn sie es denn tun müssen. Also, weil ich denke auch, wir sollten doch endlich mal in Friedenszeitalter kommen und endlich mal diese Kriege und Konflikte jetzt mal bereinigen. Ja, wir haben genügend Brain, wir haben genügend Gehirn im Kopf. Wir müssen uns nicht ständig hier auf dem Stammhirnebene bewegen, also auf dem Repto-Ebene, auf der Repto-Ebene, wo es immer nur geht um Fründe sichern und wer hat mehr Macht und so weiter. Und ja, also das sind so Überlebensstrukturen. Aber wir haben auch noch ein höheres Gehirn, das sollten wir öfter mal benutzen. Das ist ein cooler Einwand. Wie meine Mutter immer so schön sagte, der Kopf ist nicht nur zum Kämmen da. Das ist ein toller Einwand. Ja, ne? Sag mal, gibt es bei der, bei der, wenn Menschen, sollen ja integriert werden durch diese kulturelle Andersartigkeit jetzt, weil allein schon das Frauenbild ist ein ganz anderes zum Beispiel. Ja. Gibt es da Schwierigkeiten, dass auch, ich sag jetzt mal, im klinischen Bereich, in dem gesundheitlichen Bereich, dass das der Genesung beispielsweise eines Mannes oder auch einer Frau im Wege steht? Ähm, kommt, ja, kommt darauf an. Also ich glaube, das hängt viel damit zusammen, an welche Leute sie geraten. Also an, sag ich jetzt mal, und zwar entweder an Sozialarbeiter oder eben Therapeuten. Also je ausgebildeter man ist und je mehr man so eine kulturelle Kompetenz hat oder interkulturelle Kompetenz hat, ja, desto besser. Weil dann kann man sich da reinfühlen, dann weiß man, okay, wenn der jetzt so und so reagiert, vielleicht schüchtern ist oder gewisse Dinge auch gar nicht ausdrückt. Viele aus dem orientalischen Raum zum Beispiel, die sagen, reden weniger von psychischen Symptomen, emotional, sondern die sagen, ja, mein Blut kocht oder brennt oder irgend sowas. Also Metaphern. Also ja, ja, oder sie benutzen, also sie drücken es auf der Körperebene aus, aber sie sagen nicht, ich bin traurig, ich bin depressiv, das sagen sie nicht. Oder ich habe Wut, also so, das ist das eine. Und natürlich, wenn Frauen jetzt vergewaltigt traumatisiert werden, dann kann man die natürlich auch nicht mit einem männlichen Therapeut zum Beispiel zusammenbringen, geht gar nicht. Also da gucken wir auch immer drauf dann, dass eine Frau mit einem weiblichen Therapeuten oder Therapeutin zusammen ist und ein Mann eher so. Also wenn wir es umsetzen können, genau, solche Sachen. Und natürlich, dann hängt es damit zusammen mit der Bildung. Wenn die keine Bildung haben, haben sie oft Ängste, können sich nicht ausdrücken, brauchen sie erstmal einen Alphabetisierungskurs. Und ohne Daummetter sind sie völlig hilflos und die ziehen sich dann oft zurück. Und dann entstehen manchmal auch so Parallelgesellschaften, muss man auch sagen, oder so Gruppen. Schon im Camp, aber manchmal dann auch in den Kommunen. Also da muss man, wenn man da eine gute Integration haben will, muss man die Leute einfach wirklich abholen und auch besser begleiten. Das ist nicht immer der Fall, weil wir auch nicht genügend Leute haben. Also da haben wir wieder dieses Finanzielle. Also wir brauchen mehr Personal, gut ausgebildetes, was sich im Traumabereich auskennt, was sich aber auch mit interkulturellen Dingen auskennt. Und so, dass man kulturspezifisch auch mit den Menschen, also die erreichen kann und nicht nur wieder Polaritäten aufbaut. Aber was könnte deiner Meinung nach passieren, einfach von der politischen Seite, weil ich glaube, von da muss es kommen, um auch die einheimische Bevölkerung da mehr mitzunehmen. Also nur immer die Leute in die Kommunen zu entlassen und sich den, also beide Gruppen, also sowohl, ich sage jetzt mal, sowohl die Einheimischen mit ihren Ängsten auch zurückzulassen, als auch die traumatisierte oder zum Teil traumatisierte Flüchtlingsgruppe. Also das ist ja wohl die schlechteste von beiden Lösungen, oder? Natürlich. Naja, es gibt, das fehlt einfach noch, das muss im Grunde entwickelt werden. Und es gibt schon auch Ansätze und Konzepte. Das ist aber auch ein längerer Prozess. Es gibt zum Beispiel auch Sprachcafés, wo man Leute einladen kann, sowohl Deutsche als auch eben aus anderen Kulturen. Da gibt es dann meistens Leute, die mehrere Sprachen können. Dann kann man sich da so verständigen oder kann auf diese Weise vielleicht auch in Sprachkurs oder in Praktikum kommen und so weiter. Also dass das schon mal gut funktioniert. Und dann merkt man oft so, auf dieser menschlichen Ebene spielen dann diese Nationalitäten gar keine Rolle mehr. Also wenn die Menschen die Gelegenheit haben, sich überhaupt zu begegnen, in Anführungszeichen auf neutralem Boden. Wo sie sich irgendwie willkommen fühlen. Oder es gibt auch Frauen- und Mädchenberatungsstellen, zum Beispiel für iranische Frauen. Also halt nicht für jede Gruppe, für manche. Und gerade jetzt also im hessischen Raum gibt es viel bezüglich iranischer oder auch persische, teilweise auch afghanische Frauen und Mädchen. Genau. Wir hatten aber noch was anderes. Du hattest vorhin noch eine Frage gestellt, würde ich gerne mal zurückkommen. Nämlich zum Beispiel, es kommen ja auch viele Männer hier an. Viele alleinstehende junge Männer. Das ist auch ein Problem, zum Teil. Warum ist das so? Erstens mal werden die oft von ihren Familien losgeschickt. In der Hoffnung, dass die irgendwann Geld schicken. Ja. Oder dass sie sagen, okay, komm du erst mal. Das ist nur eine Person, die ist auch nicht so teuer etc. Und ein Mann kann sich besser durchschlagen als eine Frau. Aber auch, dass sie dann später die Familie nachholen, über den Familiennachzug. Das ist so deren Hoffnung. Und Frauen mit Kindern loszuschicken ist natürlich immer gefährlicher, wenn man da jetzt denkt an die Gebirgszüge. Also viele gehen zu Fuß über die Türkei dann und dann irgendwann Griechenland und so weiter. Und dann, wer weiß, wo sie dann landen. Also das sind solche Dinge. Und bei Männern ist, also wenn die allein reisen, die sind, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Die neigen dann halt oft zu diesen Aggressionen oder zu Machtkämpfen. Also die muss man einfach gut abholen. Ja, da muss man einfach, muss man eine Betreuung gewährleisten. Aber das ist noch in den Kindern schon so. Ja. Also das heißt, du siehst schon, es ist ein sehr vielschichtiges Problem, was man von vielen verschiedenen Perspektiven betrachten kann und muss. Ja. So sehe ich das. Also auf jeden Fall müssen da mehrere gesellschaftliche Schichten mit einbezogen werden. Also es ist nicht damit gedient, jetzt nur Flüchtlinge... Und auch mehr Geld. Es muss mehr Geld reinfließen, ja. Also wenn das dann irgendwie so, was weiß ich, 200.000 sind, die da mal... Das ist ein Witz. Ich meine, woanders werden Milliardenbeträge ausgegeben. Ja, ja. Hört sich erst mal viel an. Oh, 200.000. Ist aber, wenn man es dann verteilt, ist es halt dann wieder fast nichts. Ja. Ja. So eine Stunde ist einfach viel zu schnell zu Ende, Susanne. Schade. Darf ich trotzdem noch mal kurz was einwerfen? Noch einfach als Abschlussbotschaft oder so. Und zwar, ich würde mir auch wünschen von den Politikern, auch von der Bundesregierung, dass sie mehr aus dem Herzen, dass sie mehr aus dem Herzen heraus wieder handeln, dass sie den Mut haben, ja, aus dem Herzen heraus zu handeln und das mit einzubeziehen und nicht nur über den Verstand gehen. Oder dass es nicht nur um Fortschritt geht oder um eine Verknüpfung aus Wirtschaft, Politik und Religion. Ich finde, diese Dinge sollten entflochten werden, ja, weil das gibt einfach ungute Verwicklungen. Und deswegen, und was ich auch noch wichtig fänden würde, die Kinder zu den Politikern zu bringen, damit die Kinder mal sagen, was sie sich wünschen. Denn sie sind die Zukunft unserer Erde. Und wenn man auf die hört, die wissen ganz genau, was sie sich wünschen und was sie auf keinen Fall mehr wollen. Das war ein super Schlusssatz, Susanne, Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass wir diese gesellschaftliche Frage vermenschlichen konnten. Doch letztlich verantwortlich für das Elend der Geflüchteten ist eine Politik und eine Wirtschaft, in der Krieg, Waffentransporte und Ressourcenklau zusammengehören. Das wäre ein weiteres Thema für unser Gesellschaftsbarometer. Empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Ihnen das gefallen hat. Ich wünsche Ihnen und uns allen eine gute und friedliche Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.